berufung und seelenplan kennst du deine berufung schon und folgst du ihr erfüllst du deinen seelenplan oder bist du noch auf der suche oder gar der ansicht für dich gäbe es gar keine berufung weil du ja gar nicht so wichtig bist diese aussage habe ich von einer klientin die mich damals extrem berührt hat negativ allerdings weil ich so viel mitgefühl mit ihr bekam weil sie sich selbst so klein gemacht hat was ich früher übrigens auch sehr gut konnte also ich bin überzeugt auch du hast eine berufung die dich ruft auch du hast einen seelenplan den zu erfüllen du auf die welt gekommen bist und wenn du da noch nicht ganz sicher bist oder dir vielleicht auch bestätigung wünscht dann möchte ich dir dieses buch ans herz legen finde deine berufung und erfülle deinen seelenplan in dieses buch ist all das hinein geflossen was mir selbst und vielen anderen schon geholfen hat die eigene berufung zu finden indem wir in resonanz mit unserer seele finden denn unsere seele weiß genau wohin unsere berufung uns beruft unsere seele weiß genau was uns gut tut und unsere seele hat bestimmte wünsche für uns und von uns und uns dieser bewusst zu werden dieser klar zu werden gibt es eine menge techniken strategien spiele die ich alle in diesem buch zusammengestellt habe für dich wenn du auf der suche nach deiner berufung bist wenn du deinen seelenplan noch klarer erkennen möchtest also freue ich mich sehr wenn du freude hast an diesem buch und wenn du mir feedback gibst